So, heute die Couser Shanggun Cracker 250 Schuss, also eine kleine 250er Knallmatte von Veko. Wie man es kennt, brenn die ja sehr langsam ab. Hatte letztes Jahr die Tausender gehabt und die war ganz okay gewesen, muss ich sagen. Die ist zwar langsam abgebrannt, aber die einzelnen Packet Cracker an sich waren ziemlich laut. Der Hersteller ist hier FO, NEM 52,5 Gramm, Importeur logischerweise Veko, in Klasse 2 eingestuft. Ja, haben wir einmal hier eine BAM-Nummer für den Gegenstand selbst und eine BAM-Nummer für die Zündschnur. Ja, nichts Besonderes, aber einfach mal zum Testen hier. Das ist ein Schalter. Das war's für heute.